Was geht ab Leute, euer Frapses hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um den Fortnite-Shop vom 12.08.22. Freunde, ganz kurz bevor es weitergeht, was ich euch auf jeden Fall schon mal sagen kann ist, ich habe gestern das Shop-Video nicht hochladen können, weil ich jetzt tatsächlich ein bisschen normaleren Schlafrhythmus habe. Jetzt auch um 2 Uhr morgens fällt es mir relativ schwer, das Video aufzunehmen. Ich bin so immer gegen 22 Uhr pennen und so voll der Film und deswegen bin ich dann halt so relativ spät aufgestanden gestern, war halt schon 8 Uhr morgens und dann hätte sich das sowieso gar nicht gelohnt, was hochzuladen, weil ich schon halt bestimmt irgendwo anders gesehen habe. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, machen wir heute mal einen Ruhigen, ein bisschen Pause, aber dann sind wir dafür heute jetzt am Start. Dann Freunde, fangen wir direkt mal an, genug gelabert, wir gehen direkt in den Item-Shop und schauen uns an, was da draußen in der Wildnis alles so abgeht. Heute hoffentlich ein paar seltene Sachen am Start, auf jeden Fall schon mal was Neues, das ist gut. Neue Pakete gibt es auf jeden Fall keine, sexy Schräglage nach 39 Tagen auf jeden Fall am Start, Schuhplattern nach 52 Tagen am Start, nach 36 Tagen haben wir einfach Lecker mit Lächeln, nach 39 Tagen haben wir einmal die SOS-Lackierung am Start, nach 32 Tagen den Fenix und nach 37 Tagen den Bullseye-Scan. Es geht einmal weiter nach oben zum Geometrik-Paket, das Geometrik-Paket ist nach 30 Tagen wieder zurückgekehrt. Dann gehen wir einmal rüber und zwar zu Magengranate und Treibhaustomate, beide sind nach 48 Tagen wieder zurück und heute neu haben wir einen neuen Skin und zwar Marmeladen-Moment-Paket. Haben wir einmal Beeren-Belly am Start, inklusive dem Rücken-Accessoire, der Spitzsacke und der Lackierung. An sich ein außergewöhnlicher Skin, hat so einen Anime-Style, ob es aus dem Anime ist oder nicht, weiß ich leider nicht. Würde mich gerne freuen, wenn ihr das Ganze unten reinschreibt, falls ihr da ein bisschen mehr wisst. Aber auf jeden Fall ist es kein Iconic-Skin, naja, muss man mal gucken. Na gut, Freunde, das soll es dann aber auch schon hier mit dem Video gewesen sein. Eure Meinung gerne unten in die Kommentare, ich bin da mal raus, haut rein, geht mit dem Feuer, Fraps und ciao, bis zum nächsten Video.